mit sonic fing alles an sonic war mein allererstes spiel auf meiner allerersten konsole dem sega megadrive auf dem sega megadrive habe ich noch andere spiele gespielt wie aladdin könig der löwen yogi bär danach ging es dann weiter mit dem super nintendo den nintendo 64 playstation 1 2 3 4 xbox 360 wie sie alle hießen ich hatte alle konsolen bis auf den dreamcast und die wii dreamcast weiß ich nicht der ist irgendwie so an mir vorbeigegangen und an der wii hatte ich einfach absolut kein interesse aber wie gesagt der sega megadrive war die erste konsole und eigentlich zocke ich seitdem mit ein paar kleineren unterbrechungen durchgehend das sind mittlerweile hunderte wenn ich sogar tausende spiele zusammengekommen die ich gezockt durchgezockt platinisiert vergoldet oder zumindest mal angezockt habe ja und wenn man so lange zockt wie ich dann hat man eigentlich alles gesehen und dann fängt man irgendwann an darüber nachzudenken was man noch nicht gesehen hat aber gerne sehen würde und da ich selbst solche ideen nicht umsetzen kann weil ich vom programmieren ungefähr so viel ahnung habe wie til schweiger von guten schauspiel habe ich mir gedacht gehe ich einfach mal euch damit auf den sack das problem wird sein dass die ideen so wie ich sie in der birne habe halt weder umsetzbar noch erklärbar sind von dem her werdet ihr wahrscheinlich gar keine ahnung haben was ich mal egal reingehauen einen wunderschönen meine lieben und willkommen zu vier spielen die ich mir wünschen würde künftig werden mehr solcher videos kommen wo ich einfach so ein bisschen übers gaming im allgemeinen quatsche über verschiedene spiele euch vielleicht was vorstellt euch vielleicht auch mal interessante gadgets vorstellt also falls ihr da nichts mehr verpassen wollt würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir ein abo da lasst und die richtigen erbenmänner können auch gerne mal die glocke aktivieren ich zocke extrem gerne multiplayer zurzeit zum beispiel gern mit meiner community auf unserem discord server und am allerliebsten spiel ich koop leider gibt es gar nicht so viele koop spiele die meisten spiele sind halt schon irgendwie gegeneinander was ich auch sehr gerne mag sind aufbauspiele und da halt gern so in richtung film park simulator ich bin natürlich auch gern so strategie aufbauspiele wie age of empire oder command and conquer aber in das gemoddete roller coaster drei monate meines lebens geflossen und wie geil wäre es wenn man da jetzt mit seiner community zusammen keine ahnung 15 leute irgendwas richtig geiles aufbauen könnte minecraft was minecraft ja was was ist damit was du da beschreibst das minecraft ja klar kann man in minecraft zusammen coole projekte umsetzen aber ich stelle mir das ganze irgendwie so ein bisschen spezifischer vor zum beispiel wenn man einen freizeitpark baut dass es halt auch wirklich achterbahnen gibt fertige bahnen oder zumindest die ganzen bauteile dafür dass man eine achterbahn baut also schon was anderes als minecraft aber da sind wir halt an dem punkt den ich vorhin meinte ich weiß halt nicht so ganz wie ich euch das erklären soll stellt euch einfach ein spiel vor wie planet coaster und dann gibt es halt den parkleiter dem gehört der park und der kann den park dann in verschiedene bereiche aufteilen und diese bereiche werden dann von anderen spielern übernommen der eine übernimmt zum beispiel dem partner geisterbahn zu bauen und baut aber dann diesen ganzen themenbereich in diesem gruselfaktor vielleicht auch mit einem mit einem restaurant wo halt alles dieses geister filming beinhaltet der ander baut so ein kinder adventure land mit einem wasserpark und total coolen spielplätzen der nächste macht so eine richtig kranke achterbahn und baut alles so im race theme auf vielleicht mit einem automuseum und solchen geschichten halt ich hoffe ihr versteht was ich ungefähr meinen einfach mit ein paar leuten zusammen so ein richtig coolen filmpark aufziehen wie man dann die einzelnen bereiche aufteilt oder generell das gameplay aufteilt das kann ja dann jeder community selbst überlassen sein oder nennt so der eine baut den arktik bereich der andere baut den safari bereich und so weiter tatsächlich kam mir die idee sogar bei pläne zu und dann am ende könnte man so eine art abstimmung machen wo dann vielleicht alle die an dem park mitarbeiten ja wie so ein meeting wo man dann noch mal vorschläge vorbringen kann und dann werden noch mal änderungen vorgenommen oder der eine sagt hey ich kann gut die ganze bepflanzung und so machen dann kümmere ich mich um die pflanzen in seinem themenbereich unendlich möglichkeiten ja also ein koop aufbauspiel am besten in irgendeiner theme park simulation während game was ich mir definitiv wünschen würde das nächste game was ich mir wünschen würde wäre ein horror game aber als shooter alter ist es dein ernst was ist denn schon wieder 444 horror shooter extrem guter sogar aber sowas nein so was meine ich nicht hast aber horror shooter gesagt ja ich wollte aber auch noch weiter sprechen was hältst du denn davon nicht einfach ausreden zu lassen ok rede also ein horror game als shooter und jetzt kommt im zweiten weltkrieg sagen du willst mich verarschen das ist return to castle wage es nicht wolfenstein zu sagen wolfenstein ist kein horror game gibt es aber zombies zombies sind aber nicht gruselig resident evil ok 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 ich glaube ich musste etwas genauer werden als ich noch ein kleines jünger war habe ich zum spaß gerne kurz geschichten geschrieben weil sie immer das so nennen kann klingt spektakulär als es ist war der pure müll auf jeden fall habe ich da eine geschichte geschrieben über eine über eine truppe alliierter die im zweiten weltkrieg in eine burg flüchten mussten beziehungsweise eine burg als basis eingenommen haben ganz genau weiß ich nicht mehr ich habe die geschichte auch nicht mehr aber ich habe weiß ich nicht die story an und für sich habe ich immer noch im kopf heute lange rede kurzer sinn die sind in der burg und in der burg spuckt hauptsächlich geht es mir darum setting also zweiter weltkrieg und so eine alte verlassene burg mit vielleicht einem verlies oder einem gruseligen wald der oder auch mit dazu gehört das eignet sich meines erachtens nach schon richtig grob für ein horror game aber was wichtig ist der horror soll nicht der feind sein also ich habe keinen bock da einfach irgendwelche horden von zombies weg zu ballern wie es zum beispiel bei wolfenstein der fall ist ja also der horror sollte schon nebensächlich sein und zwar versuchen deutsche diese burg zurück zu erobern oder greifen die alliierten halt an und die sind der eigentliche feind und dieser spukfaktor setzt dem ganzen halt dann einfach noch die krone auf zum beispiel in form von halluzinationen die man hat ich will das ganze auch nicht als hardcore shooter sondern vielleicht eher so in richtung stealth shooter ja nur damit ihr einen einblick habt was ich meine stellt euch vor du machst dann so einen schleich angriff an jemanden und stich zu und dann zerbröselt der einfach weil du dir den eingebildet hast und dann beim jumpscare irgendwie sowas in der richtung also es soll weniger weniger splatter oder so sondern einfach generelles ständiges unbehagen dass man immer meint jetzt kommt irgendwas und wie gesagt in dem setting hat man halt auch heftig viele möglichkeiten ja gerade in so einer verlassenen burg halt könnte sich dann herausstellen dass auf dieser burg halt irgendwie was schlimmes passiert ist im mittelalter so ein sekten selbstmord oder hexen verbrennungen oder was ich persönlich jetzt weniger gut finden würde aber wäre auch eine möglichkeit dass die deutschen da halt vielleicht irgendwelche chemiewaffen lagern die halluzinationen hervorrufen irgendwie sowas in der richtung ja also wie gesagt ein stealth horror shooter im zweiten weltkrieg wäre ein game auf das ich definitiv richtig bock hätte das nächste spiel auf das ich richtig bock hätte wäre wieder ein aufbauspiel und zwar wieder was so richtung anu aber wo man auch in der stadt spielen kann also so richtig in der ego perspektive in der stadt rumlaufen kann und dort auch missionen bestreiten kann vielleicht irgendwie sowas in form von du bist diktator von irgendeiner insel warum sagst du dann ein spiel wie arno und nicht ein spiel wie tropico was willst du denn schon wieder du sagst am anfang ein spiel wie anu und dann diktator auf einer insel das ist tropico warum du willst wissen warum ja weil halt dein maul darum ok haben wir uns verstanden ja ich bin stellen also du bist zum beispiel diktator auf einer insel was es ja schon gibt und dann bricht daten bankenkrieg aus und dann spielst du wirklich einen dieser banken leiter in open world in deiner eigenen stadt die du gerade parallel auch noch aufbaust ich liebe aufbauspiel aber im endeffekt hat man ja eigentlich nie was von dem was man gebaut hat das ganze passt halt zum beispiel guten mafia setting oder halt eben diktator auf einer eigenen insel oder stellt euch mal age of empire vor und dann wenn die schlacht losgeht spielt ihr in eurer eigenen stadt also wirklich als ritter mit schlacht dann in der stadt die ihr davor aufgebaut habt ich weiß nicht inwiefern sowas umsetzbar ist weil ich meine was man dann ja in der ego sieht dass man das davor selber baut ich weiß nicht ob das technisch überhaupt machbar ist jetzt vielleicht eines tages machbar ist keine ahnung ich finde so jeden fall eine richtig coole idee ich hätte bock drauf so kommen wir zum letzten game und da sind wir wieder bei dem horror thema und zwar ein horrorspiel bei dem aber ein anderer mitspieler oder von mir aus auch mehrere den horrorpart übernehmen und wehe du sagst jetzt bei daylight ich sag nichts mehr besser ist es so was sie denn bei daylight meine ich auch nicht sondern eher so was in richtung phasmophobia wenn du bei phasmophobia stirbst bist du immer noch da als geist quasi ja du siehst halt alles in so weiß quasi durch die geisterwelt deine anderen mitspieler können dich aber nicht mehr wahrnehmen also du bist da du kannst zuschauen du kannst auch keine ahnung eine tasse aufheben und die fallen lassen bringt halt einfach gar nichts und ist meines erachtens nach heftigst verschwendet das potenzial wie cool wäre es denn wenn man sich kurz sichtbar machen könnte oder türen zu hauen könnte oder lampen ein und ausschalten so ein wind durchs haus wählen lassen irgendwelche geräusche erzeugen ich meine klar die wo tod sind die spielen ja eigentlich nicht gegen die die noch leben ja das spielt ja dennoch alle zusammen aber komm schon man geil wäre es doch trotzdem das könnte man auch cool dann mit randoms zocken online vielleicht wo man vorab schon auswählen kann ob man geist sein möchte oder nicht oder wenn du halt tot bist hast du dann gewisse vorteile die wieder vorher nicht hattest ideo kojima hatte ähnliches vor und zwar mit dem spiel silent hills jeder kennt von euch wahrscheinlich die silent hill reihe und bei silent hills wäre es so gewesen dass hinten noch ein s steht aber nicht zum spaß und zweite des s wäre ein hinweis darauf gewesen dass es mehrere silent hill gibt und zwar in form von verschiedenen dimensionen die aber alle einfluss aufeinander haben bisschen tricky zu erklären das spiel war ja auch noch nicht allzu weit ausgebaut von dem her wird wahrscheinlich nur ideo kojima selbst wissen wie die ganze geschichte geplant war er hat aber mal ein beispiel genannt ihr seid jetzt zum beispiel in einem hotel und durchsucht die einzelnen zimmer dort unten und irgendein anderer spieler den ihr überhaupt nicht kennt macht das gleiche ihr zeigt ihrem appartement und dieser andere spieler ist auch in diesem appartement ihr seht euch natürlich nicht und dann machte die tür zum badezimmer auf dann kann es passieren rein zufällig dass die tür bei euch auch aufgeht weil diese dimensionen halt alle ein stück weit ineinander greifen das ganze wäre absolut random und so hätte man halt so hätte jeder eine komplett andere spielerfahrung und auch jedes mal wenn du es wieder spielst spielst du ein komplett anderes spiel ich weiß natürlich nicht wie weit das ganze gegangen wäre aber da hatte ich halt einfach vollstes vertrauen in video kojima ich meine der typ ist eine legende jeder der auch nur mal an der playstation vorbeigegangen ist sollte wissen wer der mann ist und was der schon alles erreicht hat und ich bin mir sicher silent hills wäre ein bombastisches spiel geworden leider verließ hideo kojimi 2015 nach diversen streitigkeiten konami und das projekt silent hills wurde eingestampft es kochen immer wieder gerüchte auf dass der oder der grad wieder daran arbeiten ich glaube momentan soll sony da gerade irgendwie dran sein das projekt wieder aufleben zu lassen in trockenen tüchern ist da noch gar nichts von dem her verlasse ich mich da auch nicht drauf für mich ist das projekt silent hills erst einmal weg und ich finde es sehr schade also die idee fand ich genial naja wenn da eines tages was kommt ich würde mich auf jeden fall freuen aber so lange nichts in trockenen tüchern ist möchte ich gar nicht hoffen sei es drum so in die richtung könnte ich mir auf jeden fall mega guten horrorspiel vorstellen ich halte es auch für meine realistischste idee heute weil wir halten mit fast meine ich schon in eine gute richtung gehen und silent hills hätte ja auch so diesen weg eingeschlagen ich denke da würde über kurz oder lang was kommen es ist technisch absolut machbar und horror wird einfach immer beliebter das waren meine ideen für games die ich mir wünschen würde jetzt seid ihr gefragt wie fandet ihr die denn hättet ihr auch bock auf eins dieser games oder noch besser habt ihr vielleicht sogar eigene ideen für games die ihr schon immer mal spielen wolltet lasst es mich wissen schreibt es unten in die kommentare ich danke euch allen fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal